Never change a running system, so sind wir häufig, aber es hat ja auch eine Menge Vorteile. Dann gibt es faktisch keinen Migrationsschmerz und das ist das Schöne daran. Dass wir unsere Systeme wirklich zukunftssicher machen und im Endeffekt auch flexibler für unsere Kunden in der Richtung gestalten. Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute ist der Titel der Podcast-Folge Personaldienstleistung endlich in der Cloud. Und Swoove One gibt es eine Lösung dafür und da wollen wir heute darüber sprechen. Ich bin, wie vielleicht die YouTube-Zuschauer bereits schon sehen, heute nicht wieder alleine, sondern ich habe einmal Karl Glatzel, jetzt muss ich ablesen, Direktor Produktmanagement und den Markus Budde, der auch schon bei mir im Podcast war und zwar als Vertriebsleiter, Vertriebsleitung und freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen mal über Cloud-Lösungen sprechen. Was ist überhaupt die Cloud? Warum ist das wichtig? Und was kommt da auf uns zu? Was kann Swoove One? Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin ja selbst auch Swoove-Nutzer und freue mich da ein bisschen, was zu erfahren. Erstmal herzlich willkommen, Karl. Herzlich willkommen, Markus. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns hier zu sein. Genau, ich nehme das wieder an. Sehr schön. Ja, genau, zweites Mal Wiederholungstäter, aber nicht das letzte Mal. Ja, ich verstehe. Wir werden sicherlich noch einige Themen haben. Ja, aber gucken wir doch am besten einfach mal rein. Ihr habt einen Trailer mitgebracht von Swoove One. Ich freue mich. Gucken wir doch mal rein, was Swoove One alles kann. Intuitiv, schnell und einfach. Das ist Swoove One. Wir arbeiten mit Swoove One, mit Swoove Analytics, mit Swoove Recruit und mit Swoove Payroll. Das ist das passende Stück vom Recruit hin bis zum Payroll und da ist das Swoove One genau in der Mitte und den End-to-End-Gedanken, den wird jetzt einfach nur ein Stück höher in die Cloud gehoben. Ich habe einen zentralen Punkt, wo ich rein sehe und ich habe alle Informationen sofort auf einen Blick da. Sie können quasi Ihr bestehendes System komplett in der Cloud aufrufen. Mit einem Klick. Ich würde nur dann darauf verzichten wollen, wenn es Swoove Two gibt. Cloud. Ich glaube, der eine oder andere kann sich natürlich was unter einer Cloud-Lösung vorstellen, aber fangen wir mal damit bitte an. Und da müsst ihr absprechen, wer zu dem Thema Cloud was sagen möchte. Was ist denn überhaupt der Vorteil von der Cloud und wann spricht man überhaupt von der Cloud-Lösung? Ja, also ich glaube, Cloud ist jetzt ein Begriff, den die meisten unserer Kunden schon kennen. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass ich meine Daten in einem großen Rechenzentrum speichere und die über das Internet von überall abrufen kann. Und dass ich quasi dynamisch auf Rechenkapazitäten zurückgreifen kann. Das ist ganz simpel erklärt die Cloud. Und den ersten Vorteil, den habe ich dabei schon genannt, ja von überall im Endeffekt kann ich darauf auf meine Daten zugreifen. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt von zu Hause arbeite oder im Büro sitze, brauche ich am Ende eine stabile Internetverbindung. Und dann kann ich ganz einfach und schnell auf meine Daten zugreifen. Das ist, glaube ich, schon mal so ein sehr, sehr großer Vorteil. Parallel ist natürlich eine Software, die in der Cloud ist, hat den Vorteil, dass ich nicht mehr auf Updates warten muss. Ja, das heißt, ich muss kein Update einspielen, habe im Endeffekt keinen administrativen Aufwand dort drauf zu achten. Ja, wann ist denn das nächste Update? Wann muss ich es einspielen? Sondern da kümmert sich im Endeffekt der Software Provider, in dem Fall wir, darum. Das Gegenteil ist eigentlich noch immer irgendwie klassisch ein Rechner unterm Tisch oder irgendwo im Serverraum. Und so arbeiten dann die anderen, die noch nicht in der Cloud sind. Oder so war es doch bisher dann wahrscheinlich gewesen. So ist ja genau die klassische Lösung, wie sie ist, wenn ich als Unternehmen in einer On-Premise-Lösung bin. Dann kann natürlich meine Rechner in einem großen Rechenzentrum haben, aber ich bin auch frei, mir einen kleinen Rechner unter meinen Schreibtisch zu stellen. Was natürlich verschiedenste Risiken wirkt, die ich glaube, das weiß jeder, wenn er zuhört, was das wahrscheinlich ist, dass da keine Profis am Berg sind. Wie vielleicht, wenn man in einer Cloud von Amazon oder von Microsoft hostet, wo ja tausende von Menschen jeden Tag darauf achten, dass meine Daten sicher sind. Das ist natürlich, wenn ich ein eigenes Hosting habe oder vielleicht auch in kleineren Rechenzentren würden, nicht so. Von daher ist Cloud eigentlich die Technologie, auf die ja nicht nur wir setzen, sondern jedes moderne Softwareunternehmen weltweit noch. Ein weiterer Vorteil hast du natürlich in der Skalierbarkeit. Also das heißt, wenn dein Unternehmen wächst und du mehr Rechenkapazität brauchst, dann kannst du quasi auf Knopfdruck die bekommen und musst dir keine Gedanken darüber machen. Ein weiterer Server, die du ja unter deinen Schreibtisch, wie du so schön gesagt hast, zu stellen. Weil ich habe ja in meinen 20 Jahren Zeitarbeit, die ich ja jetzt schon mache, habe ich ja einige Unternehmen auch gehabt. Und ich weiß, bei einem Unternehmen war es mal wirklich der Fall, da ist eine Niederlassung eingebrochen worden. Und dann sind die Rechner mitgenommen worden. Wenn da der Server drauf ist oder der Server mitgenommen wird, dann hat man echt ein Problem. Dann ist zappenduster, was die Abrechnung angeht, was die Daten angeht und generell der Zugriff, dass da nicht vielleicht jemand sich mal kurz ein USB-Stick dran packt und dann die Daten runterzieht. All das sind natürlich Themen, die gerade bei so einer Cloud-Lösung wahrscheinlich dann eher in den Hintergrund geraten, was da natürlich bei einer Lösung, die unter dem Rechner ist, wo man mal eben Zugriff drauf hat. Oder es brennt oder keine Ahnung, ist ja alles schon passiert. Also ich weiß nicht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr alles schon in der Zeitarbeit erlebt habt. Aber so ein Einbruch, der ist ja häufig, es gibt manchmal oder häufig gibt es eine Kasse in den einzelnen Niederlassungen und dann wird er häufig eingebrochen, obwohl da nur so ein kleiner Betrag drin ist. Und wenn die dann nichts da finden, dann nehmen die gerne auch mal die Rechner mit. Alles schon erlebt. Ja, absolut. Aber wie gesagt, die Vorteile sind ja weit. Ich will gar nicht nochmal wiederholen, Karl hat es ja gerade schon richtigerweise aufgeführt. Es gibt ja auch große Unternehmen, die natürlich da viel, viel professioneller aufgestellt sind oder auch Rechenzentren nutzen. Aber wie gesagt, hat die Cloud ja noch deutlich mehr Vorteile, als dass man nur nicht mehr auf einem Server hosten muss. Ich glaube, jeder, der sich morgens mal auf einem Server angemeldet hat, der weiß, was ich damit meine, auch in welchem Tempo das teilweise geht. Dann bin ich im Homeoffice, dann ist es wieder schwieriger. Also, ja, hinreichend erklärt. Okay, gut. Da haben wir jetzt mal die Leute ein bisschen abgeholt. Gut, also Cloud gibt es eigentlich nur positive Dinge, auch Geschwindigkeit etc., Sicherheit, Datensicherheit, Updates. Bin ich vollkommen bei euch. Aber manchmal ist das so, ja, alle müssen in die Cloud und ihr müsst da wechseln und das ist sinnvoll. Und ja, vielleicht fragt der ein oder andere sich, ja, warum denn? Keine Ahnung, funktioniert doch alles, ne? Never change a running system, so sind wir häufig. Aber es hat ja auch eine Menge Vorteile. Und lasst uns mal ein bisschen zu Swoof One. Das heißt ja jetzt Swoof One. Hatte, glaube ich, mal Swoof Next und waren ja mal so unterschiedliche Begriffe dafür. Aber jetzt wird es final Swoof One heißen. Und was ist denn überhaupt Swoof One? Ja, also vielleicht mal zur Terminologie, bevor dann bestimmt Karl zum Produkt noch deutlich mehr sagen kann als ich. Also ja, Swoof One ist der Name. Swoof Next war ja immer ein Projektname, weil es war ja ein Riesenprojekt, was wir hatten. Und das alte oder das ehemalige L1 oder jetzige Swoof für Personaldienstleister einen höher zu heben in die Cloud. Das war ja immer so der Next Gen oder Next waren alles ein Projektname. Und jetzt ist das Produkt da, das Produkt ist fertig. Und das heißt jetzt Swoof One. Genau. Swoof One ist unsere nächste Generation, ja, unsere nächste Produktgeneration. Sie ist in der Cloud, darum war es, glaube ich, ganz gut, dass wir vorab mal über die Cloud gesprochen haben, was sie für Vorteile bietet. Und das ist ja, vielleicht da auch nochmal auszuholen, das ist ja nicht was, was wir über Nacht jetzt entwickelt haben. Und insofern gab es quasi eine Projektphase, auch eine Pilotphase, die noch unter anderem Namen lief. Und jetzt gehen wir aus der Pilotphase raus. Das ist verfügbar zum Anfang des kommenden Jahres. Genau, und dann ist Swoof One für unsere Kunden verfügbar. Und wir gehen aus der Pilotphase raus, haben über ein Jahr lang getestet. Also, genau, haben eine Menge Erfahrung reinfließen lassen. Und jetzt sind wir super, super stolz, das im Markt quasi zu bringen und quasi die ganze Branche damit auch zukunftssicher zu machen mit einer Cloud-Lösung. Also wir haben lange, lange drüber geredet. Und wie Karl schon sagt, sind da jetzt super stolz, dass wir diesen langen Weg über Jahre gegangen sind. Ich meine, das ist im Jahr 2020 ist das angefangen, dieses Riesenprojekt. Und jetzt haben wir nächstes Jahr 2024. Also es war ein langer, teilweise steiniger, aber auch ein Weg, der echt viel Spaß gemacht hat, weil er auch wichtig ist für eine ganze Branche am Ende. Und da sind wir stolz drauf. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team. Und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Gut, ihr seid der Marktführer, auch was die Software angeht. Dreiviertel des Marktes nutzt eure Software. Also dementsprechend wird das schon ordentlich Gehör finden, was jetzt gerade hier so passiert. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sieht es genauso aus wie das alte Programm und ist es einfach nur in der Cloud? Oder was hat sich denn auch so verändert und was ist so das Revolutionäre daran? Ich glaube, das hat im Endeffekt zwei Komponenten, die Frage. Die erste ist so, wir haben natürlich die Chance genutzt, zu sagen, lass uns die Prozesse nochmal neu denken, aber natürlich auf dem aufbauen, was wir schon von Software gelernt haben und was wir von der Software kennen. Wie du gerade erwähnt hast, wir haben eine Menge Unternehmen, die mit unserer Software heute schon arbeiten und da kannst du natürlich drauf aufbauen und sagen, was funktioniert besonders gut, aber auch das Feedback einsammeln, was kann man vielleicht da auch in der Zukunft besser machen. Insofern würdest du vorhin mit einer ganz neuen Oberfläche starten, die intuitiv schnell und auch deutlich einfacher ist zu benutzen, was glaube ich Riesenvorteile sind. Du wirst quasi als Nutzer an die Hand genommen durch die Prozesse. Es gibt im Endeffekt meistens einen Weg nach oben dort und nicht viele, wie es vielleicht in unserem gehabten Produkt der Fall ist, aber wir haben quasi schon gesagt, die Funktionalitäten, die wir heute haben, die wollen wir natürlich auch in unserer neuen Software abbilden. Insofern haben wir da ein sehr, sehr cooles Produkt jetzt am Start, was glaube ich insbesondere Zeitersparnis dem Nutzer bringt. Ja, dass man irgendwie merkt, okay, ich kann deutlich schneller zum Beispiel Mitarbeiter anlegen, Unternehmen anlegen, Aufträge anlegen. Es geht deutlich schneller und das ist, glaube ich, mit deutlich weniger Klicks und das ist ein Riesenvorteil natürlich. Und ich habe ja bei der Z.com ja auch schon kennengelernt, da waren ja einige Testkunden ja auch da, die darüber berichtet haben, was für mich so ein Game Changer auch wirklich ist, wenn ich überlege, ich muss einen Auftrag anlegen, dann werde ich halt komplett da durchgeführt. Das heißt, okay, ich muss einen Auftrag anlegen, bei welchem Kunden möchtest du das immer? Ach, das ist noch gar kein Kunde. Ich muss erst einen Interessent anlegen, den mache ich dann nachher zum Kunden. Also ich werde komplett durch diese einzelnen Schritte dann gelegt. Okay, ich habe einen Mitarbeiter, der Mitarbeiter ist schon angelegt. Nein, ist er noch nicht. Dann muss er als Bewerber und dann wird er vom Bewerber dann zum Mitarbeiter gemacht. Also ist gerade auch für neue Mitarbeiter, für die Einarbeitung und das Onboarding ja extrem von Vorteil, weil jetzt, ich bin ja selbst auch erst seit kurzem Swoof-Kunde, muss natürlich sagen, da sind natürlich die Funktionalitäten sind riesig, die da gegeben sind und ist nicht mehr so intuitiv. Natürlich kennen das sehr, sehr viele und wissen natürlich, wie die Funktionen sind. Aber für jemanden, der neu das Programm wirklich dann sieht, der wird sich sicherlich freuen, wenn es da eine Menüführung gibt, wo man wirklich dann sagen kann, okay, das ist der nächste Step, das jetzt machen, okay, dann geht es weiter. Und man kann eigentlich normalerweise auch nichts mehr dann vergessen. Ja, dass man am Ende, auch wenn man nicht auf Drucken klicken kann, man hat alles vorher dann abgeklärt und wurde dann gefragt, was brauchen wir jetzt? Und das konnte man dann liefern. Aber so muss ich mir das vorstellen, weil ich habe es selbst ja auch noch nicht live in Aktion gesehen. Selbst ein Druckenbutton kann man noch an der einen oder anderen Stelle finden. Das müssen wir natürlich auch noch zur Verfügung stellen. Genau und wie du auch schon richtig sagst, Daniel, es gibt die neuen Mitarbeiter, vielleicht auch eine andere Generation, deren Anforderung an Software auch eine andere ist, wie vielleicht es vor 10 oder 15 Jahren war, wenn ich einfach nur die Optik oder was anderes sehe. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch noch Swoove One, haben wir natürlich auch eine ganze Menge Kunden, die ihre bestehenden Prozesse mögen und sagen, ich möchte jetzt gerade eigentlich gar nicht groß was verändern in meinem Unternehmen. Klar, Digitalisierung ist wichtig, aber ich möchte eigentlich das so weitermachen, wie es gerade ist und mich vielleicht erst in zwei Jahren damit beschäftigen oder in einem oder in einem halben. Und gerade dafür haben wir in unserer Lösung, in dem Swoove One, noch den sogenannten Expert Mode. Was ist der Expert Mode? Der Expert Mode sind die bekannten Prozesse, die bekannte Oberfläche, also das bekannte Arbeiten, das ich habe, nur in der Cloud. Das heißt, ich kann genauso arbeiten von heute auf morgen, wie ich es auch gestern getan habe, nur ich bin dabei in der Cloud und da haben wir so ein bisschen, das heißt ein bisschen, da haben wir auch extrem auf unsere Kunden gewartet, weil die natürlich gesagt haben, ERP-Wechsel, was ja irgendwo das Herz und das Gehirn von einem Unternehmen ist. Du machst von A bis Z alles, alles mit der Lösung und das ist natürlich ein Aufwand, das zu ändern. Das willst du vielleicht auch nicht. Und darum, wie gesagt, gibt es diesen Expert Mode, der dir die Möglichkeit hat, genauso von heute auf morgen weiterzuarbeiten, ohne großen Onboarding-Schmerz, ohne Wechselschmerz oder ähnliches. Also dein Business kann weiterarbeiten. Ganz, ganz großes Thema, womit auch Geschäftsführer, egal von kleinen, mittleren oder auch sehr, sehr großen Unternehmen auf uns zugekommen sind. Wie könnt ihr als Swoof es denn gewährleisten, dass wir von heute auf morgen weiterarbeiten können? Aber wenn ich ein Software-Maxime-Schmerz machen will, dann sage ich das schon. Und das ist der Expert Mode und die Swoof One, schöne Oberfläche, so nenne ich es mal ein bisschen ungangssprachlich, kann dann jeder nutzen in dem Moment, wann er es will. Das ist so ein bisschen unser Slogan dahinter, dieses One at your speed, also Swoof One at your speed. Jeder so schnell, wie er es möchte. Also wenn du möchtest, geh erst auf die alte Oberfläche, die aber in der Cloud ist, mit allen Cloud-Vorteilen, die wir am Anfang genannt haben. Und dann wechselstück für Stück, modernisier dich, aber in dem Tempo, wie du möchtest, in den neuen Oberflächen. Und natürlich ist es dann auch unsere Aufgabe, zu sagen, die neuen Oberflächen kriegen dir viel, viel mehr Vorteile in deinem Ablauf, wie du es eben schon genannt hast. Du gehst intuitiv durch einen Auftrag durch, etc., etc. Aber du bestimmst es selbst und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Ich glaube, im Endeffekt haben wir... Was waren so die Herausforderungen dabei, was, Karl, du hast ja wahrscheinlich sehr viel Zeit mit der Entwicklung verbracht, was man so die Herausforderungen, wenn man so eine One-Fits-All-Lösung halt macht? Ich glaube, die Herausforderung ist natürlich, dass, das kennt, glaube ich, auch jeder in der Branche, jeder Personaldienstleister arbeitet ein bisschen anders, ja. Und so, dass wir im Endeffekt auch darüber nachdenken mussten, okay, für wen bauen wir denn diese Software, ja. Und da hast du natürlich zum einen jemanden, der neu in die Branche kommt, der neu startet, ja, ein sogenannter Neukunde für uns, ja. Das ist natürlich was anderes als jemanden, der schon seit zehn Jahren auch mit der Software arbeitet. Und ich glaube, das war eine riesen Herausforderung, ja. Zum einen halt den neuen Kunden, ja. Wie kann man dem irgendwie, Markus hat es gerade so schön gesagt, eine neue Generation, die da kommt, ja. Wie kann man, wie kann man die denn da, ja, mit auf den Weg nehmen, dass sie auch sagen, hey, die Software, die ich in meinem täglichen Gebrauch nutze, ist am Ende so einfach wie eine App, ja, die ich auch im Privaten auf meinem Weg nutze, ja. Herr Daniel, hast du natürlich in der Branche auch Kunden von uns, die sehr lange mit unserer Bestandssoftware schon arbeiten, ja. Die willst du natürlich auch auf den Weg mitnehmen. Und ich glaube, da haben wir echt einen sehr, sehr coolen Weg gefunden, ja, mit diesem Expertenmodus, ja, für unsere Bestandskunden zu sagen, hey, war kein Problem. Die Systeme laufen auf der gleichen Datenbank, ja, 3F quasi auf die gleiche Datenbank zu, die in der Cloud ist, ja. Aber ich habe zwei unterschiedliche Oberflächen, über die ich da arbeite. Das ist, glaube ich, echt eine ziemlich coole Variante. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Umzug, ja. Ich weiß nicht, wann du deinen letzten Umzug gemacht hast, Daniel? Vor knapp fünf Jahren, ja, da sind wir ins Haus eingezogen, ja. Erinnerst du dich vielleicht noch kurz vorher, wie viel Lust du auf diesen Umzug hattest? Ich kann spülen, ja. Ja, und so ähnlich ist das ja auch mit einem Softwareumzug, ja. Es haben sich irgendwie die Gegebenheiten geändert, ja. Beim Umzug ist es häufig, ja, ich brauche ein bisschen mehr Platz, habe vielleicht Nachwuchs bekommen, ja. Und so ähnlich ist es jetzt bei einer Software. Die Umgebung hat sich geändert, ja. Technologie hat sich weiterentwickelt. Heute gibt es Möglichkeiten, die es vor zehn Jahren noch nicht gab. Und insofern gehe ich quasi, gehe ich den Trend mit, ja. Und muss dann aber natürlich auch sehen, so, hey, ich, wie bei einem Umzug auch, ja. Es passen am Ende auch alle Möbel in mein neues Zuhause, ja. Und vielleicht stehen die dann auch ein bisschen an einer anderen Stelle. Vielleicht ist der ein oder andere Button in Swoof One woanders. Aber die Funktionalitäten sind alle da gegeben. Aber um diesen Umzug so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir gesagt, wir geben die Möglichkeit, auf den Expertenmodus zuzugreifen. Und dort stehen dann wirklich alle Buttons so, wie man es kennt, ja, wenn man einen Bestandskunde. Das heißt, aber Neukunden hätten diese Funktion auch oder versucht ihr bei Neukunden dann natürlich das Swoof One? Die haben die Funktion, aber ich glaube, wenn sie auf die Software zugreifen, werden die, ja, recht selten darauf zurückgreifen, weil ich eigentlich nicht das Bedürfnis habe, wenn ich Swoof One Nutzer bin, darauf zurückzugreifen. Also, es gibt da ja auch schon eine Menge Kunden, die das machen, die natürlich zu 100 Prozent sagen, ich arbeite total gerne in diesen neuen Oberflächen. Das macht total Spaß. Wie gesagt, es ist das Intuitive. Es ist dieses, man fährt gerne den Rechner hoch und schaut es sich an. Das ist ja das, was wir jeden Tag hören von unseren Kunden, aber natürlich, es gibt ja auch diesen klassischen, es soll es ja geben bei uns in der Branche, dass sich mal jemand abspalte von seinem Unternehmen und sich dann selbstständig macht. Und das sind natürlich auch Neukunden, die wir dann haben. Und auch da ist es, ich habe jetzt eine Neugründung, ich habe ganz, ganz viele Sachen im Kopf, weil ich muss mich jetzt nicht noch mit irgendwie einer neuen oder alternativen oder anderen Software befassen. Gib mir bitte das, was ich hatte, einfach wieder. So, und dann nutzen Sie den Expert-Mode und alles ist gut. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Passiert das jetzt alles dann im Browser oder muss ich mir ein Programm installieren noch? Oder wie läuft das, wenn ich das mit der Cloud im Einsatz habe? Brauchst du eine stabile Internetverbindung, um über den Browser im Endeffekt auf Spoof One zuzugreifen. Dann gehst du über einen Link, loggst dich ein und hast Zugriff von welchem Rechner auch immer, von egal wo, auf deine Daten. Weil das ist natürlich für viele, die Remote arbeiten, im Homeoffice arbeiten oder mal im Wechsel in Arbeitsplätzen. Also da kann sich jeder anmelden, wenn er mit seinen Zugangsdaten natürlich vorausgesetzt ist. Ja, genau so ist es. Also du brauchst Internet. Also man sagt ja auch manchmal so irgendwie, Arbeit ist da, wo WLAN ist. Gerade für die, die im Homeoffice arbeiten können. Und da ist auch One am Ende. Dann muss ich ja, ich wäre ja nicht ich, wenn ich mich auch mal nachfragen, ist denn auch eine App geplant, die das vielleicht auch abbilden kann, dass man gar keinen Rechner mehr braucht, sondern irgendwann das auch am Handy auch möglich ist? Ich glaube am Ende, du kannst ja auch von deinem Handy mit einer stabilen Internetverbindung drauf zugreifen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt dann auch die Antwort am Ende. Eine App ist am Ende, ja, ist eine Funktionalität, ja, ist auch ein Interface. Am Ende greifst du auf die gleichen Daten zu. Und wenn du einen Browser, was du wahrscheinlich auf deinem Handy auch hast, kannst du genauso auch auf das System natürlich zugreifen. Jetzt ist die Frage, wenn du dir da auch wiederum über unterschiedliche Nutzergruppen bei uns Gedanken machst, ja, gibt es vielleicht den, der mehr auf dem Handy unterwegs ist, ja, wo ich dann mal unterwegs bin, bei einem Kunden bin, die Daten vom Kunden einsehen möchte, ja. So was ist, glaube ich, ein ganz häufig passierter Fall, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zeiten eintragen ist, ja, ob das jetzt so eine Funktionalität ist, wo du sagst, hey, das will ich jetzt unbedingt über das Handy machen. Oder Zeiten überprüfen, ja, ist so die Frage immer, wer ist der Nutzer? Und das schauen wir uns da sehr an, indem wir halt mit unseren Kunden sprechen und sagen, hey, ist das wirklich etwas, was ihr mobil auch machen wollt? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, hey, machen wir eigentlich eh im Hintergrund, haben wir im Endeffekt Sachbearbeiter bei uns, Unternehmen, die sowas tun, ja, die immer am Desktop sind, ja. Oder es kommt wirklich da, da drauf an. Also insofern, deine, die, die Antwort darauf ist, ist divers. Ich glaube, manche Funktionen müssen unbedingt mobil möglich sein, andere sage ich, es ist eher wirklich eine Desktop-Funktion. Das Schöne ist ja, wir haben ja auch jetzt schon unsere, unsere Work-App, wo ja schon sehr, sehr viele Funktionalitäten, und da sind wir ja zum Beispiel bei Stundenerfassung oder Übertragung in der Connect, mit dabei sind, das funktioniert ja alles schon. Genau. Und ich glaube, abschließend kann man ja nur sagen, eine App ist ja auch nichts anderes als eine, als eine, als eine Internetseite oder eine Softwarelösung, smart und mobil dargestellt, und das, klar, ist eine Grundvoraussetzung von allen. Was könnte nun noch jemandem entgegnen, der sagt trotzdem, ich habe irgendwie Angst zu migrieren, da habe ich immer schlechte Erfahrungen, einige sind ja auch, haben ja schon mal eine Migration hinter sich gebracht, muss ja nicht unbedingt bei euch gewesen sein, aber ihr habt natürlich sehr viel in letzter Zeit, in den letzten Jahren ja migriert, gerade von der Fusion ProSoft und Landwehr. Ja, was kann man den Leuten noch so ein bisschen entgegnen, wie kann man denen noch so ein bisschen die, die Sorge vielleicht nehmen, die ja, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, okay, es gibt den Export-Mode, aber kann man da vielleicht noch mal dem, auch dem letzten Skeptiker irgendwie die Angst nehmen? Ja, ganz bestimmt sogar, also wer noch nicht überzeugt ist von den Dingen, die wir jetzt gesagt haben, das ist eigentlich fast noch mal so eine Zusammenfassung von unserem bisherigen Gespräch, ne, also neben diesen ganzen Cloud-Vorteilen, die die Sicherheit angehen, also ich habe mal ein Video gesehen, wie man bei Microsoft, also wie die Azure Cloud, wie das aufgesetzt ist, was das für riesige Rechenzentren ist, was die Sicherheitsstandards da sind, also da kann echt, da kann einiges passieren in dieser Welt und die Rechenzentren, die stehen aber noch, ne. Und dann dieses ganze Thema, es ist keine Migration, wenn man ehrlich ist, es ist ein Wechsel von, meine VPN-Verbindung stelle ich her, oder ich öffne morgens meinen Browser, das ist, das ist klicken, anstatt links klicke ich auf der rechten Seite auf meinem Desktop und das ist auch schon alles, also es ist wirklich ein Migrationsschmerz, außer ich möchte ihn und sage, ich gehe sofort in neue Oberflächen, weil es hat so viel Vorteil, es ist intuitiver und ich bin auch ein bisschen digitaler Vorreiter, dann ist der vielleicht ein bisschen da, aber wenn ich da eher konservativer bin, dann gibt es faktisch keinen Migrationsschmerz und das ist das Schöne daran, ne. Ja, aber was muss man sonst, also ihr habt schon gesagt, Internetverbindung, okay, und ihr sagt, man muss wahrscheinlich auch dann die Cloud natürlich dann auch wechseln, klar, dass man das Hosting halt dann natürlich auch dahinter hat. Wie lange dauert das, wenn ich mich heute dafür entscheide und meinen Vertriebler anrufe und sage, hier, komm, Peter, Klaus, Ulf, ich möchte gern Swoof One nutzen. Wie lange dauert es ungefähr erfahrungsgemäß aktuell? Ich weiß, ihr habt doch, glaube ich, schon eine Warteliste für die Umsetzung, weil der Rand schon ziemlich losgegangen ist, also ich interessiere mich auf jeden Fall dafür, weil ich das Fire, wenn es einfach moderner, das Outfit, die Oberfläche intuitiver wird, finde ich auf jeden Fall einen riesen Mehrwert, plus die Cloud-Sachen, aber wie lange dauert es ungefähr, wenn man sagt, ich möchte es machen bis zum Startschluss? Also, so ein Ablauf ist so, wie Karl eben schon mal sagte, wir fangen jetzt nächstes Jahr an, fangen wir an, so jetzt mit einem großen Stil zu machen. Wir haben jetzt viele, viele Pilotkunden dabei gehabt, die Phase gilt eigentlich als abgeschlossen, und dann kann man sich bei uns melden. So, und dann schauen wir uns das gemeinsam an, auch mit unserem Support, ja, ist das, sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen gegeben, dass es passt, dass du als Personaldienstleister jetzt mit uns in die Cloud gehst. Also gibt es vielleicht noch sowas wie, ich habe ein ganz besonderes Rechnungsformat, und wenn ich dieses Rechnungsformat nicht schicke, dann verliere ich meinen Kunden. So, dann müssen wir uns das natürlich angucken, und dann nehmen wir ein gemeinsames Projekt und setzen das um. Ja, aber für jeden, der dann nah an der Standardlösung ist, wie wir sie nutzen, und mit Standard meine ich nicht einen neuen Standard, den wir jetzt irgendwie über One Neu setzen wollen, sondern Standard des jetzigen Zufs für Personaldienstleister, der kann damit arbeiten, der kann sich dann melden, im Vertrieb, im Support, überall da, wo er möchte, und dann sprechen wir mit denen. Und ja, natürlich haben wir auch begrenzte Kapazitäten, das heißt, wir werden jetzt nicht jeden sofort am 1. Januar umziehen können, aber das schauen wir uns in Ruhe an, genau aus dem Grund, es soll keinen Migrationsschmerz für unsere Kunden geben, und dann, ja, und dann machen wir das ab Anfang des Jahres. Sehr cool, also ab Anfang des Jahres geht es los, kann man mit dem Vertrieb Kontakt aufnehmen, seinen Wunsch dort äußern, also wenn ihr daran Interesse habt, auf jeden Fall melden. Also man kann sich natürlich auch schon vorher melden. Also wir haben eine ziemlich lange Liste, ich denke, im Januar sind viele natürlich mit dem Jahreswechsel zugange, aber ja, danach geht es dann wirklich los mit Migration bei uns, genau. Und natürlich auch Neukunden, die dann darauf direkt starten, auf Swoop One. Dann habe ich noch eine Frage, immer so ein bisschen auch mit Geld, kostet denn das Swoop One, das reine Swoop One, wenn ich ein normales Swoop habe und wechsel dann zu One, kostet mich das mehr Geld? Es gibt natürlich, also es wäre gelogen zu sagen, es gibt nicht irgendwie eine kleine Initialinvestition, die jetzt wird aber nicht so hoch sein, dass irgendeiner vom Hocker fallen wird. Das kann ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen. Und dann müssen wir uns natürlich so ein bisschen die individuelle Situation des einzelnen Kunden anschauen. Also ist er jetzt zum Beispiel schon bei uns im Hosting? Wechselt er zu uns in die Azure Cloud? Wo ist er gerade? Ja, also wie ist die Situation des einzelnen Kunden? Gibt es noch ein ganz großes Projekt, was wir aufsetzen müssen, weil es ganz viele Spezialitäten gibt? Das kann man pauschal, können wir das nicht beantworten und kommen eigentlich auch gar nicht eher von der Kostenseite, sondern wir haben ja eben schon mal gesagt, also es gibt so viele Vorteile, wenn ich es auf einmal nicht mehr selbst administrieren muss. Ich muss mich nicht mehr um die ganzen Updates kümmern. Und ich muss mich nicht um Sicherheit etc. kümmern. Dann würde ich fast sogar behaupten, die Frage, ob es nicht sogar ein bisschen günstiger ist, als das, was ich im Moment habe. Also nein, da wird man nicht vom Stuhl. Okay, aber es ist eigentlich kein neues Paket, was ich jetzt mit Swoof One dazunehmen würde. Nein, man hat weiterhin... Also das Thema natürlich Cloud, der Umstieg in eine Cloud hat natürlich ein paar technische Voraussetzungen. Das muss natürlich im Hintergrund auch die Cloud entstehen. Ich brauche einen Server, auf dem das dann zukünftig halt passiert, der sicher und einen guten Zugriff und gute Geschwindigkeit etc. Das ist also das Einzige. Da kann sich jeder mal schlau machen, okay, oder kann sich vorstellen, was kostet so eine Cloud. Aber das ist so die Investition, die dann ansonsten getätigt wird. Ansonsten ist es nicht irgendwie, dass ihr nochmal Betrag X nochmal extra, weil ihr nochmal eine Sonderfunktion dazu habt, sondern das ist eigentlich in den Paketen. Nein, also genau, die Pakete, die werden so an sich nicht geändert. Ich arbeite ja weiterhin mit derselben Software. Ich nutze mein Swoof Recruit, ich nutze mein Payroll und mein Analytics und anstatt Swoof für PDL heizt es dann halt Swoof One. Und das ist fast schon der einzige Unterschied. Da habe ich dann noch die nächste Frage. Also Analytics und Recruit und diese ganze Funktion, die funktionieren genauso. Haben die auch einen neuen Look unter One? Ich glaube, der neue Look von uns, den kann man heute ja schon sehen. Insofern ist der letzte Woche in unseren Produkten auch auf live gegangen, sodass wir im neuen Gewand sind. Genau, insofern sieht man das, glaube ich, heute schon. Und nach und nach kommen die natürlich auch alle in ein neues Gewand von unserer Produktwelt. Was da, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, den du ja gerade gesagt hast, dass sich unsere Kunden um die Cloud-Server kümmern müssen. Nein, müssen sie nicht. Das ist in Swoof One mit dabei. Darum kümmern wir uns. Das heißt, sie müssen sich wirklich nur darum kümmern, sich bei uns zu melden. Wie migrieren wir die Daten in die Cloud gemeinsam? Und dann ist es wirklich die stabile Internetverbindung, um die man sich kümmern muss. Jetzt sind wir langsam am Ende. Haben wir noch irgendwas vergessen? Karl, Markus, euch gehört natürlich das letzte Wort. Was haben wir noch vergessen im Zusammenhang mit Swoof One? Was sollten wir vielleicht noch erwähnen? Wie kann man euch erreichen? Was sind die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt weiter? Eine Kleinigkeit würde ich noch erwähnen. Und da geht es wirklich auch so darum, hey, was bringt die Cloud mir noch für Vorteile in der Zukunft? Zum einen werden wir natürlich Swoof One immer weiterentwickeln. Und ich muss da nicht auf ein Update warten, sondern das Update wird mir eingespielt. Das heißt, ich werde kontinuierlich neue Funktionen haben, neue Funktionalität, die da zukommt. Und da gehen wir natürlich immer auf das Feedback unserer Kunden, die schon die neue Oberfläche auch nutzen, ein. Das ist das eine. Und zum anderen kann man natürlich da auch sagen, gibt es auch technisch dort ganz neue Möglichkeiten, dass wir quasi auch sagen können, über Schnittstellen können wir zum Beispiel Flexibilität auch in unsere Systeme in der Zukunft reinbringen. Und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil, wenn wir die Daten dann verfügbar in der Cloud haben, dass man dann quasi sagen kann, okay, ich kann diese Flexibilität des Systems in Zukunft auch zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, auch ein richtig gutes Stichwort für die kommenden Jahre, dass wir unsere Systeme wirklich zukunftssicher machen und im Endeffekt auch flexibler für unsere Kunden in der Richtung gestalten, weil wir schon festgestellt haben, jeder hat so seine eigenen Eigenschaften, seine eigenen Prozesse in der Branche, was ich bis jetzt kennengelernt habe, ist das so und darauf wollen wir natürlich auch. Aber es ist ja auch klar, als Marktführer, ihr seid so lange jetzt am Markt und ich weiß, das hat ja auch viele zu euch gezogen, dass ihr halt serienduell auf Lösungen eingehen konntet, auf Probleme, Herausforderungen, die die Personaldienstleistung hatte, die jeder Kunde selber hatte. Das ist natürlich auch eine Sache, dass die Funktionalitäten auch alle abgedeckt werden, auch mit dem Expert-Mode, dass das weiterhin auch funktioniert. Ich denke, das ist auch ein Riesenfund und das werdet ihr euch auch weiter behalten. Aber natürlich, Verbesserungen sind immer einfacher, wenn man auch ein paar Standards setzt. Das muss jedem klar sein, wenn ich eine Lösung habe, die halt one fits all, dass natürlich das auch alle leichter damit umgehen können. Und jeder, der selbst noch irgendwas programmiert hat und besondere Funktionen hat, besondere Buttons, kann er ja zukünftig auch weiterhin darauf zugreifen. Aber eigentlich ist ja die Lösung, wir wollen was Standardisiertes, damit es auch schneller und einfacher geht und damit alle auch damit arbeiten können. Und da freue ich mich dann sehr drauf. Markus, auch dein letztes Wort gehört natürlich auch dir. Ja, also du hattest noch gefragt, wo kann man sich melden? Also eigentlich bei jedem Funktionsruf kann man sich melden, wenn man was über das Funktionsruf erfahren will oder mehr Details möchte, weil es ist natürlich ein Riesenprojekt. Ich hatte es eben mal gesagt, was uns seit 2020 begleitet. Und dementsprechend ist auch fast jeder bei uns im Unternehmen da involviert. Also herzlich willkommen an jeden, sich da tiefere Infos zu holen. Wir werden da auch im neuen Jahr noch Webinar reinmachen und Ähnliches. Also selbst wenn unsere Kunden nicht wollen, wir werden noch sehr viel von uns hören, was dieses Thema angeht. Ansonsten glaube ich zusammengefasst, einfach keine Sorgen machen. Also wir haben da wirklich Experten am Werk, die sowas schon häufig gemacht haben. Wir haben unsere Partner mit dem Boot, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, um zu schauen, wie kriegen wir die weiterhin auch an unsere Lösung angebunden, sogar noch besser als bisher vielleicht. Ja, da treffen wir uns nächste Woche direkt, wenn ich jetzt gerade auf den Kalender gucke, mit unseren Partnern bei uns gemeinsam in Lohnen und schauen uns an, wie sieht da unsere gemeinsame Zukunft aus. Also ich glaube, wir haben da wirklich an alles gedacht oder ich bin mir sicher, wir haben an alles gedacht und freue mich da jetzt auf den Weg mit unseren Kunden zu gehen in den nächsten Jahren und dann in die nächste Lösung und dann, ja, wie die Folge sagt, die Personaldienstleistung endlich in die Cloud zu heben und ein großes Stück der Digitalisierung beizutragen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Es ist spannend. Ich sage es immer gerne, Digitalisierung ist die Voraussetzung für eine Automatisierung. Also bitte beschäftigt euch auch mit der Digitalisierung. Mit euch, ihr seid klein geschrieben, sondern ihr Zuschauer, ihr Zuhörer, Digitalisierung braucht ihr für Automatisierung. Ansonsten werden wir auch den ganzen Wust, den wir zu tun haben, die Manpower kriegen wir gar nicht, sie müssen da gucken, dass wir auch Automatisierung einsetzen und das geht halt nur mit Digitalisierung. Das ist der große Grund und das sollte eigentlich ein Augenöffner sein. Ja, Karl, Markus, vielen, vielen Dank, dass ihr uns mal aufgeklärt habt, was ihr Zwoof One kann. Freue ich mich sehr drauf, bin gespannt. Auch wenn die Zuschauer und Hörer berichten, wie das alles klappt mit der Umsetzung, wie das Gefühl ist, wie sich das anfühlt, das zu nutzen. Schreibt es gerne in die Kommentare, freue ich mich drauf und teilt mal gerne euer Feedback mit. Vielen Dank, Karl, vielen Dank, Markus. Wir hören uns sicherlich in einem nächsten Podcast. Ja, sehr gerne. Und ja, dann bis bald. Bereit für Zeitarbeit. Wir sind raus. Vielen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist. Bis bald. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Subware. Untertitelung des ZDF für funk, 2017